mit ihrer Magie das Heilige Land beherrschen wollten. Sie sind aus Hyrule aus Hyrule ich hab keine Ahnung was das war vertrieben worden. Unsere Göttinnen haben sie an einem geheimen Ort verbannt. Hintergrundgeschichte Der Ort ihrer Verbannung war das genaue Gegenteil von diesem Hyrule. Es war eine düstere Welt, in der nie die Sonne scheint. Von dieser Welt voll Schatten aus war es unmöglich die Welt des Lichts zu erreichen. Und den Wesen jenes Schattenreiches war es auch gar nicht erlaubt in die lichte Welt zurückzukehren. Sie waren dazu verflucht als Schatten von Hyrule auf ewig in der Dunkelheit zu leben. Das sind dann wohl diese Midnas Rasse Twilight, ne? Aber heißt das dann nicht, dass die auch gemacht hat irgendwie? Das ist die Geschichte des Schattenvolkes so wie sie bei uns überliefert wird. Jetzt ist dir klar, was ich bin, oder? Ne, ich bin link, ich verstehe jetzt. Jawohl, ich bin ein Nachfahre der Verbanden. Seit vielen Generationen schon leben wir im Schattenreich. Okay, da kann die ja nichts für. Weil die einfach nur so ein Kind von denen ist. Das war schon so ein bisschen asozial. Aber als Santo die Macht im Schattenreich an sich riss, wurden wir alle in Wesen der Finsternis verwandelt. Oh, das hat den auch im Kopf, ey. Richtig Future. Was geht denn jetzt ab? Das sieht voll aus wie ein Zelda-Spiel. Er verfügte über riesige Kräfte, die stärker waren als die Magie unseres Volkes. Und ohne die Hilfe dieser Kräfte konnten wir das Schattenreich nicht mehr betreten. Brr-treten. Wer ist denn der Santo-Typ da eigentlich? Der muss ja irgendwie besonders sein, damit er so Kräfte hat, ne? Aber eine der Legenden... Och, ich kann nicht lesen. Eine der Legenden meines Volkes erzählte eine interessante Geschichte. Er sagt, andere waren nur interessant, oder was? Äh, und... ...war es zwar verboten, in die alte Heimat zurückzukehren, aber ein Weg blieb offen, der Schatten und Licht verbindet. Man sagt, dieser Weg führe über ebenen... Was? Über eben jenen Schattenspiegel. Und die Göttinnen vertrauten ihnen den Wächtern von Hyrule an. Wer sind die Wächter von Hyrule? Wahrscheinlich wurde das schon noch mal erzählt und ich habe nur wieder vergessen und ich hier alles vergesse. Nun, Santo ist mit Sicherheit irgendwo im Schattenreich. Und du wirst ihn doch sicher mit mir zusammen suchen, oder? Die sind süß. Okay. Dann gehen wir jetzt Quidditch spielen. Wee! Ich meine aber so was hier noch irgendwie zu kennen. Irgendwann in der Wüste. Vielleicht habe ich ja vor dem Tempel aufgehört. Egal, auf jeden Fall sind die Erinnerungen hier schon sehr, sehr verschwommen. Und ich weiß fast gar nichts mehr. Da ist sowas für eine Falle. Was ist das denn? Was ist das denn da für eine Wüste? Der Wtf? Der Wtf? Nein. Gott. Ach, dahinten ist dann auch der Wolf. Oh, nee. Tschüss. Jetzt sind hier einfach so Haie oder so. Nur aus Sand. Aus Sand. Genau. Halt die Fresse und geh weg. Dein ist die Pyramide. Ich muss an mein Yu-Gi-Oh-Denken. Pyramide ist das Licht oder so. Oh, nee. Hä? Ach da. Oh, was habe ich jetzt für einen Scheiß-Umweg gemacht? Das war voll austricksen. Austricksen. Das ist noch mal so ein Wort. Egal. Ich rüste mal kurz irgendeine Scheiße aus. Weil mich regt dann ein bisschen auf, wenn das nicht ausgerüstet ist. Ich komme wieder da dran. Cool. Da habe ich wenigstens etwas. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Bumoran die kleinen Fische da irgendwie aus dem Sand holen könnte. Aua. Ich renne dir hinterher. Oh, nee. Geh weg. So, jetzt komme ich aber da dran, ne? Oder? Wo war denn nochmal die Kiste, die ich gesehen habe? Da hinten? Hä? Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Wo war denn gerade die Kiste von eben? Ist der Teil gerade da runtergefallen? Ich habe es gerade da runtergefallen. Doch, da ist sie doch. Da ist doch eh wieder nur Scheißes drin, die ich nicht brauche. Obwohl, ich brauche Geld. Ich habe ja random diesen einen Typen 50 Rubini gegeben, warum auch immer. Oh, toll. Danke. Das hat sich sehr gelohnt. Oh Gott, jetzt muss ich ja richtig weit. Ach, ich bin ja ein Wolf. Oder kann ein Wolf werden. Ich bin ja viel schneller. Sollte ich mal merken, dass ich das mache. Öfter. War das hier? Ich finde irgendeine Scheiße. Cool. Ich kriege mich so eh nicht. Was ist da hinten das? Das ist so ein... Das sieht aus wie so schwarze Türme von Digimon irgendwie. Hallo. Wie ist denn das da? Oh Gott, wo bin ich gelandet? Äh, da hinten sind einfach nur so Türme. Aber ich gehe da jetzt mal nicht in die Welt. Da muss ich auch, glaube ich, gar nicht hin. Aber es sieht cool aus. Oh, hängen da irgendwelche aufgehangene Leute. Oh Gott, was hat das denn? Ah, ne, das sind Ketten. Ich denke vielleicht minimal zu brutal. Hm. Muss ich hier mit Epona drüber reiten oder so? Ich gehe erstmal nach hier. Der Rest kommt bestimmt schon noch, wenn man da irgendwann hin muss. Was machst du da? Oh. Ich töte mit der Runde alle Viecher. Äh. Hä? Da kann man rein? Nee. Kann ich vielleicht auf dem Schwein da reiten? Oh Mann. Als Wolf? Nee, schade. Okay, jetzt weiß ich gerade echt nicht, was ich machen muss. Ich muss da ja anscheinend mit Epona drüber jumpen oder so. Nee. Warte mal, als das geht. Vielleicht kann ich ja die Leute dazu bringen, dass die das alles abfackeln. Mal testen. Okay, hat sehr gut geklappt. Ah, jetzt habe ich mal logisch nachgedacht, was passiert sowas. Äh, okay. Ich bin gerade echt ein bisschen... Oh. 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 Hi. Oh, jetzt bin ich schon wieder fast volles Geld. Ich weiß gerade nicht, was ich machen muss. Hier sieht mir ein bisschen verwirrend aus. Hm, ich gucke noch mal auf der Karte. Bisschen nah dran zoomen. Toll, genau hier ist dieser Wolf. Ich glaube, ich muss doch zuerst woanders hin. Da hinten hin. Irgendwie. Oder hier kann man rum? Kann das sein? Nee, hier ist einfach nur eine Kiste. Ich kann mir das denn kaputt machen? Mit Bombenpfeilen? Nee, ich glaube, ich kann das noch gar nicht kaputt machen. Ja, ich wandle mich trotzdem mal kurz zu einem Menschen um. Hacken kann ich da bestimmt auch nicht. Nee, das wäre unlogisch. Okay, das geht auch nicht. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er mit den Bombenpfeilen geht. Das gehe ich probier trotzdem mal. Nee, fliegt einfach durch. Genauso wie die anderen Pfeile. Okay. Dann weiß ich das schon mal. Aber ich kann da oben die runterbüllern. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt die Bombenpfeile benutzen. Aber egal. Na toll. Scheiße, die gehen ja doch nicht unendlich weit. Ach nee. Ich muss nixen. Tschi. Gott, sorry. Ach, vielleicht kann ich mit dem Schwein darüber springen oder so. Warum sollte das sonst übrig bleiben? Hi. Oh Mann. Ach doch. Lol. Weee. Oh oh. Ach du Scheiße. Ach man kann. Ah. Das ist ja simpel. Oh, hab ich das jetzt kaputt gemacht? Nein. Ah, doch nicht. Cool. Ich hab mich schon voll lange überlegt. So, was kann man denn da machen? WCF? So, wo renne ich denn sonst noch gegen? Da hinten will ich gegen rennen. Oh, super. Die sind ja echt extrem schwer zu lenken. Los, geh an. Funktionier. Los. Okay. Merken. Erst wenn man richtig drauf gezielt hat zu sprinten. Sonst wird das nix. So. Oh Gott. Jetzt dürfte ich wieder volles Geld haben. Und jetzt soll ich dieses eine kleine Kackding. Dann lass ich jetzt einfach mal ernsthaft. Oh, jetzt geht das nicht, weil das sind ja zehn zu viel. Boah, wie dumm. Ich lass jetzt diese eine Kiste, die da im Turm ist, einfach mal übrig, weil da ist eh wieder nur Geld dran, weil ich nicht aufsammeln kann. Wo kriegt man denn eine größere Geldbörse her? Muss ich hier als Mensch oder als Wolf hoch? Ach, ich kann auch einfach hochklettern, okay. Das ist gut. Oh. Hi. Was ist denn hier so random offen in der Welt? Oh. Attacker. Was lerne ich bloß diesmal? Ich kann mir auch halt ganz so vorstellen, was man sonst noch für Angriffe machen könnte. Vielleicht so ein super Laserstrahlangriff, der aus dem Schwert rauskommt. So treffen wir uns wieder. War jetzt voll lang her und so. Es ist ja früh, sich auszuruhen. Bist du bereit, weitere Okkulte Kunst zu... Ja, klar. Also gut. Aber zuvor, zeige mir... Oh, Schildshöcke. Okay, wenn du meinst. Da, bitte. Hier, bitte. Da, bitte. Sehr gut. Dritte Okkulte Kunst. Der Rundum-Heap. Kann ich das nicht irgendwie schon? Bei Gegnern, die nicht nur ein Schild, sondern eine ganzere Körperrissung tragen, kannst du mit der Schildattacke nichts ausrichten. Häufig schützen solche Gegner jedoch nur ihre Vorderseite, nicht ihren Arsch. Visiere mit Z an und halte... ...gedrückt und springe mit A mehrmals, sodass du hinter ihn rollst. Ah. Ach, du Kacke. Das nennt man Rundum-Heap. Versuche nur, nur seinen auszuführen. Gerne. Das hat eigentlich schon billig schwer. Oh. Ich habe aus Versehen zweimal gedrückt, weil ich gedacht, das reicht nicht, wenn man das einmal macht. Hm, deine Körperwärtsung ist gut. Aber denk immer an den richtigen Zeitpunkt, im Sprung den Heap auszuführen. Damit hast du die dritte okkulte Kunst erlernt. Das war einfach. Alter. Weil so Rollattacken und so müsste die Dings nicht so von das Schwert in den Rücken rammen oder so. Normalerweise. No, und es gibt noch vier okkulte Künste, die du lernen musst. Muss ich die wirklich lernen? Ich habe keine Lust. Das ist so anstrengend, ey. Oh, nee. Kann ich dafür so die Welt retten? Das ist viel einfacher. Aber das ist, glaube ich, echt praktisch, weil ich gerade erlernt habe. Was ist denn da hinten am rumfliegen? Was geht denn da ab? Mal gucken. Mich nervt das so, dass die Fee die ganze Zeit in irgendeinem Bildschirmrand hängt und dann da so richtig kleben bleibt. Oh. Oh, Gott. Aua. Gott, Kürbisse. Warte mal. Kam da gerade gelbe Rubine raus? Den mir vor viel mehr. Ah, perfekt. Ey, die Kürbisse töten mich. Was hat denn für Kürbisse? Kannst du mal aufhören? Okay, das ist definitiv ein Geist. Ich habe das verstanden. Was sind das? Oh, Gott. Wie schön Pickel oder so. Oh, Link, du bist aber auch so dumm. Wurscht, wer kann denn jetzt sein, so ein rotierendes Kack-Ding zu besiegen? Ich meine, das ist ein Beyblade. Warte mal. Ich müsste als Wolf der Teil ja eigentlich sehen können, ne? Du Scheiße, das ist einfach Sensen, Mann. BP. Nein, jetzt kommen hier wieder die Kack-Scheiß-Dinger. Boah, das ist ja viel einfacher. Kann man ja sagen, wo der hin ist. Oh, der ist weg? Warum? Warum ist der weg? Hm, vielleicht hätte ich ihn öfter treffen müssen. Oder ich habe den besiegt, der kann auch sein. Oder hat er irgendwie so episch ausgesehen? Oh, ne. Würde ich auch sagen. Oh, ne. Okay, was muss ich hier machen? Hier sind Köpfe, die kann ich kaputt matschen. Kann ich kaputt matschen, habe ich gesagt. Danke. Das brauche ich nämlich. Was ist da? Ein Fass. Ich meine mich gerade an irgendwas zu erinnern, wo man sich in einem Fass verstecken konnte. Aber das wacke ich gar nicht bei dem Spiel hier, oder? Was gar nicht überhaupt bei dem Zelda-Spiel war. Oder die ihr Tor so gut geschützt. Auch Scheiße, das ist echt gut geschützt. Hi. Das ist viel einfacher als Wolfs zu kämpfen, als als Mensch. Genau, der eine cheatet einfach, weil der auf dem Boden liegen wird, deswegen wird er getroffen. Schon wieder. Oh, danke. War das ja gar keiner. Hups. Oh, hi. 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 Hä? Wo bin ich denn jetzt auf einmal? Achso, ich bin da einfach die Treppe hochgegangen. Oh, toll. Gut gemacht. Oh, das war episch. Boah, bitte. Los, steht auf. Ah, die Attacke ist cool. Ich glaube, ich bin voll OP als Wolf. Linker als Wolf, alles besser als als Mensch, als als Mensch. Könnte ich jetzt mal alle tot sein, oder wie viel kommen da noch? Fuck. Kamio hoch, bitte. Oh man, ich wollte eine Rampe. Ja, Rampe. Woo. Oh. Wollte ich jetzt nicht. Renn doch nicht in die Wand. Was bist du denn für einer?